Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Ich habe es jetzt länger nicht gesagt, mein Name ist Lia und falls ihr gerade das erste Mal zuhört, mein Kanal dreht sich hauptsächlich über deutsche, österreichische, vielleicht auch mal Schweizer Fälle, Vermisstenfälle, Kriminalfälle, ungelöste Mordfälle, all sowas gibt es hier auf meinem Kanal, hauptsächlich aus Deutschland und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, vielleicht ein Kanalmitglied werden möchtet, die Vorteile seht ihr in der Beschreibung, da gibt es einen Link oder vielleicht auch mich auf Instagram unterstützen möchtet oder auf den Podcastportalen abonniert, da freue ich mich immer sehr drüber. Und somit beginnen wir jetzt mit der heutigen Folge. Als ich euch das letzte Mal den Fall Doris Seifrath vorgestellt habe, bin ich in derselben Sendung, die mir André zugeschickt hat aus 2014, auf einen anderen Fall, den Rudi Zerne vorgestellt hat, aufmerksam geworden und da habe ich mich entschlossen, den unbedingt euch vorzustellen. Der war mir nämlich vorher total unbekannt, obwohl er aus meiner nächsten Nähe kommt, denn dieser Fall kommt aus Floto-Exta, das ist ein sehr kleiner ländlicher Ort nahe Herford oder auch Bielefeld und ich komme aus der Ecke und deswegen war es mir jetzt schon eine Herzensangelegenheit, euch diesen Fall auch mal vorzustellen. Und ich glaube sogar, das ist das älteste Opfer, was ich euch vorstelle, auf meinem Kanal bisher. Es geht nämlich um den brutalen Mord an Agnes Niewöhner. Dieser ist wie gesagt aus 2014 und da war sie bereits 84 Jahre alt. Ihr Haus konnte Agnes auch nur noch sehr selten verlassen. Sie hatte Parkinson, bekam Essen auf Rädern und wurde morgens und abends durch einen Pflegedienst betreut. Agnes war aufgrund ihrer Erkrankung und ihres hohen Alters auf einen Rollator angewiesen. Sie wohnte in einem kleinen, unscheinbaren Häuschen mit leider wenigen Nachbarn drumherum, das blende ich euch auch mal ein, das Häuschen. Kein Haus, was von außen so aussah, als wäre dort viel zu holen gewesen. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich auch selber auf dem Bild. Ich stelle es aber zusätzlich auch noch auf meinen Instagram-Kanal. Agnes hatte noch eine geistig behinderte Tochter, die oft am Wochenende bei ihr vorbeikam. Diese lebte sonst in einer Behinderteneinrichtung. Im Jahr 2012 bittet Agnes ihren Neffen, ein Geheimfach in einem Schrank zu öffnen. Dieses Geheimfach hatte Agnes' verstorbener Mann noch zu Lebzeiten als Tischler selbst eingebaut. Es war eine Art unsichtbar eingebaute Schublade, so könnt ihr euch das vorstellen. Also da kam man nur ganz schwer ran und hätte nicht gedacht, dass das eben eine Schublade ist in diesem Schrank. Und in dieser Schublade bewahrte Agnes in einer Dose ganze 40.000 Euro 2012 auf. Hart hatte sich Agnes das Geld mit ihrem Mann zu Lebzeiten angespart, auch um ihre behinderte Tochter zu unterstützen. Aber da sie nun allein lebte, bat sie ihren Neffen, das Geld nun doch sicherer zur Bank zu bringen. Und wie gesagt, das war 2012. Nach heutigem Stand muss Agnes wohl doch ein paar mehr Leuten von diesem geheimen Fach irgendwann mal erzählt haben. Ob sie auch darüber sprach, dass Geld in diesem geheimen Fach lag oder wie viel Geld, das ist leider unklar. 2014 dann, also ja ganze zwei Jahre, nachdem das Geld auf die Bank gebracht wurde, sieht eines Abends Agnes' Pflegerin vor dem Haus eine dunkle Gestalt. Sie sprach die Person auch an, aber diese reagierte nicht. Als die Pflegerin, so im Filmfall dargestellt, dann mit dem Auto losgefahren ist, rannte die Person einfach weg. Aber damals war die Pflegerin wenigstens so achtsam und rief zusätzlich die Polizei an. Diese fuhr auch dann durch die Straße, entdeckte aber dort niemanden. Am 10. Februar 2014 ist noch eine ebenfalls ältere Dame, eine Nachbarin, bei Agnes zu Besuch. Sie fror immer das Essen auf Rädern ein, was Agnes nicht aufgegessen hatte und brachte es in den Keller in den Tiefkühlschrank. Danach verließ sie immer das Haus durch den Kellerausgang. Um circa 12.15 Uhr an diesem Tag muss es dann an der Tür geschält haben. Agnes Niewöhner hatte eigentlich immer nur bekannte Personen reingelassen, aber diese Person muss sie entweder gekannt haben oder die Person muss einen Trick angewandt haben, dass Agnes die Tür dann auch wirklich öffnete. Noch im Flur stach die Person dann mehrfach auf Agnes Niewöhner mit einem langen Messer ein. Danach durchsuchte die Person das Erdgeschoss des Hauses und nur das Erdgeschoss. Es musste der Person also sehr wahrscheinlich wirklich bekannt gewesen sein, dass Agnes Niewöhner in einem Schrank im Erdgeschoss dieses ehemalige Geldversteck gehabt haben musste. Der oder die Täterin fand jedoch das geheime Fach im Schrank im Übrigen nicht. Das war wohl wirklich sehr, sehr sicher da eingebaut worden. Und auch hinter den Holzleisten des Hauses suchte der oder die Täterin nach dem Geld. Das muss wohl auch bekannt gewesen sein, dass da wohl auch mal Geld versteckt wurde. Agnes Niewöhner blieb nach der Tat, als sie dann auch wieder alleine in ihrem Haus war, im Flur liegen und kurz vor 18 Uhr an diesem Tag fand eine Pflegerin dann die bereits Verstorbene im Flur vor. Die Obduktion ergab dann, dass Agnes mit einem Filetiermesser mit einer mehr als 20 cm langen schmalen Klinge ermordet wurde. Das ist ein Messer, was man auch häufig von Wassersportlern oder Anglern in Gebrauch findet. Die Tatwaffe selbst war aber nicht auffindbar. Agnes wohnte in Flotho in der Straße auf dem Pulsfeld und wie ich anfangs schon erwähnte, leider mit nur sehr wenigen Nachbarn, sodass man da leider auf keine Zeugen für den Tattag hoffen konnte. Auch schließt die Polizei ausdrücklich eine Frau als Täterin nicht aus. Entweder jemand, den Agnes gut gekannt hat oder jemand Bekanntes, der vielleicht erzählt hat, dass sie ein geheimes Geldversteck gehabt hat und diese Person leider mit der Information dann eben diese tödlichen Absichten, weshalb auch immer, entwickelt hat. Und auch geht man davon aus, dass Agnes später sterben musste, beziehungsweise sie sterben musste, damit sie im Späteren auch nicht verraten konnte, wer die Person ist. Davon geht die Polizei aus. Es kann natürlich auch eine unbekannte Person gewesen sein, die das eben nur beiläufig mitbekam, dass es da eben ein Geldversteck gab. Die Polizei geht von einer kaltblütigen, geplanten Tat aus, da ja auch schon vorher eine Person vor dem Haus gesichtet wurde. Und als die Sendung dann im September 2014 bei Aktenzeichen XY vorgestellt wurde, nur wenige Monate ja auch erst nach der Tat, gab es nach der Ausstrahlung damals 25 Hinweise für die Kripo in Bielefeld. Die meisten allerdings kamen aus Ostwestfalen und waren eher so allgemeiner Art, zum Beispiel zu dem Messer. Und der entscheidende Hinweis war wohl leider nicht dabei, denn der Mord an Agnes Niewöhner ist bis heute weiterhin ungeklärt. Und der Mord an Agnes ist in diesem kleinen, beschaulichen Floto-Exter natürlich, ja, ein, sag ich mal, großes Ereignis gewesen. Das löste große Bestürzung aus. Und ehrlich gesagt wird mir da auch so ein bisschen anders, denn Floto ist von mir wirklich nicht weit weg. Und es läuft seit acht Jahren der oder diejenige noch frei herum, die Agnes Niewöhner einfach abgestochen hat. Und ich frage mich bei solchen Morden auch immer wieder, wie man wegen ein paar tausend Euro einen Menschen umbringen kann. Ich meine, ein Raubüberfall ist ja wirklich schon schlimm genug, aber eine Tötung nur des Geldes wegen finde ich so grausam. Wirklich, das ist für mich nicht in Worte zu fassen. Und ich könnte jetzt hier in der Nähe einkaufen gehen. Ich bin sogar ab und zu mal in Floto einkaufen. Vielleicht habe ich der oder diejenigen sogar schon gesehen und gehe mit so Menschen einkaufen. Man weiß das ja nicht. Es könnte sein, dass der Täter oder die Täterin mir schon irgendwo begegnet ist. Und da wird einem schon anders. Und wer das einmal tut, macht das vielleicht auch ein zweites Mal. Das weiß man ja gar nicht. Und ich denke, das geht bestimmt auch vielen so, die auch Mordfälle in der Umgebung gehabt haben, vielleicht in der Nachbarstraße sogar oder so, dass einem da bestimmt anders wird und man Angst hat. Also ich glaube, wenn es bei mir in derselben Straße passiert wäre, dann hätte ich, glaube ich, jeden Abend oder jede Nacht Angst, dass irgendwas passiert. Und es ist natürlich auch in dem Fall sehr tragisch, dass die Person nicht mitbekam, dass Agnes das Geld in der Wohnung ja gar nicht mehr hatte. Ob da nicht trotzdem eingebrochen wäre und Agnes zu Tode gekommen wäre, weiß man natürlich nicht. Ob es diesen Raubmord verhindert hätte. Aber man denkt natürlich schon dran, dass das vielleicht die Tat hätte verhindern können. Aber das kann man, wie gesagt, ja gar nicht ausschließen. Vielleicht war das auch ein unbekannter Täter, der dachte, da wohnt eine alte Dame. Da breche ich jetzt ein und gucke, was zu holen ist. Aber man geht ja, wie gesagt, eher von einem bekannten Täter aus. Aber es steht ja nicht genau fest, wie es jetzt letztendlich gewesen ist, wenn man den Täter oder die Täterin ja nicht hat. Aber da man ausschließlich auch eine Frau nicht ausschließt, weiß ich nicht, ob man da vielleicht sogar jemanden in Verdacht gehabt hat. Ich weiß es nicht. Aber wenn man das extra schon so sagt, würde ich das jetzt auch nicht unbedingt ausschließen wollen. Und ich wünsche mir natürlich immer, besonders bei Fällen, die aus meiner Region kommen, das sind immer so Herzensfälle, das sage ich ja auch öfter mal, auch mit Frauke Liebs oder auch der Sandra Zimmermann oder so, die so in meiner Umgebung stattfinden, dass die natürlich noch aufgeklärt werden. Das wünsche ich mir dann natürlich immer ganz besonders und hoffe, dass es irgendwann noch mal Neuigkeiten geben wird, dass vielleicht doch mal jemand das schlechte Gewissen packt. Aber ich denke immer, gerade bei so Raubüberfällen, wo jemand zu Tode kam, wo jemand wirklich nur gemordet hat des Geldes wegen und es ihm völlig egal war, ich glaube, solche Täter stellen sich noch weniger wie andere Täter. Das weiß ich ja nicht genau natürlich, aber so in meinem Kopf könnte ich mir das vorstellen, weil wer für Geld tötet, bei der Person könnte ich mir wirklich vorstellen, dass er das vollkommen kaltblütig dann macht oder die Person das vollkommen kaltblütig macht und der Person wirklich alles egal ist. Ja, was meint ihr? Wer kommt für so eine brutale Tat für euch als Tätertypus denn in Frage? Auch jemand kaltblütiges, vielleicht sogar jemand nachstehendes, aber dann finde ich es noch umso trauriger, dass Agnes dann zu Tode gekommen ist. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu diesem Fall und verabschiede mich hiermit zu einer neuen Folge und sage bis bald, eure Lia.